UNTERTITELUNG Im Zentrum und im Süden dieses Schlachtfelds stehen drei Tempel, die zufallsgesteuert aktiviert werden und den Teams strategische Optionen bieten. Vergesst jedoch nicht, dass jeder Tempel von übellaunigen Wachen beschützt wird, die ihre Heiligtümer mit allen Mitteln verteidigen. Um die Tempel zu kontrollieren, müsst ihr in ihrer Nähe bleiben und euch fortlaufend um die verteidigenden Wächter kümmern. Sind die Tempel aktiviert, bombardieren sie die Stellungen des gegnerischen Teams mit magischer Energie. Sie zu kontrollieren ist für alle Teams ein lohnendes Ziel, da sie die Verteidigung des Gegners schnell in Staub verwandelt. Das Kontrollieren eines Tempels ist an sich schon schwierig genug, doch wird es um ein Vielfaches schwerer, wenn der Gegner auch noch mitmischt. Des Weiteren gibt es fünf Söldnerlager im Tempel des Himmels. Falls sich der Gegner an einem Tempel zu sehr verschanzt, helfen ein oder zwei Söldnerlager vielleicht dabei, etwas Gegendruck auszuüben. Kann sich dein Team die heilige Macht der Tempel sichern oder wird euch ihre Magie zum Verhängnis? Das ist uns bereit. Untertitelung des ZDF, 2020